Applaus Ah, grüßte ich! Ja, 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 ja Ah, hi, nice to meet you, Ronnie Hi, nice to meet you Servus, servus Servus, hallo, danke Nice to meet you, yeah Verzeiht uns Guten Morgen Guten Morgen Mal zum Ablauf Die Presse, die angemeldet ist, die lassen wir gleich zuerst rein Das sind noch 21 Personen, die angemeldet sind Danach dürfen noch 22 Zuschauer rein Es sind weniger wie hier stehen, wie Sie selber merken Das heißt, Sie müssen sich entweder abstimmen hier rein möchten oder nicht Okay, alles gut Ich kann nicht sagen, dass Sie nicht abgesprochen haben Wir fangen dann gleich an Und Sie gehörten jetzt zur Verteidigung Die drei Genau Und wo ist der Mandant? Der ist noch nicht Der ist noch nicht Die anderen fangen um halb, fangen wir ein Ja, aber hier Ja, aber schön Ja 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 Hallo zusammen! Hallo! 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 Moin! Haben Sie, Herr Schwab, noch eine Zeit für Interessen? Ja, das ist die Frage, dass Frau Kaiser, wir können dann ... Im Moment bin ich ein bisschen fokussiert. Alles klar! Ist völlig in Ordnung! Alles klar! Hallo! Hi! Hey! Nice to meet you! Hi! Warten kannst du mal kurz in meinen Kraschel? Ja, ja, ich pass auf! Ich hab mein Ausdruck vergessen! Ja, ich hab's gar nicht. Ich muss ihn nicht vergessen! Ja, ich hab's gar nicht. Ich hab's gar nicht. Ich hab's gerade mich und ich hab's nur. Entschuldigung, stark. Aber es wird scharf, oder? Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Oh, das ist hier los. Das ist die Verzüßung? Ja! Hm. Ja. 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 Ja! Ich hab's eingangs! Ich hab's hier. Also der Stehen-ICE… Mein Name ist Martin Schwab. Martin Schwab. Ja, äh... Ich mein das ist ja auch Presse in der etablierten Medien da. Und die müssen mich nicht kennen. Wer sind Sie? Ach, hallo! Ja. Und dann bestimmt das Klatschen am Tag werden. Ja. Letztendlich mit Anwälten. Ich weiß nicht, ob da geht. Hi Ronny. Hi Servus Martin. Martin ist Carina. Fahrt einfach dorthin. Genau. Wir sind noch in der Anreise. Wie lange braucht ihr noch? Na ja. Ja. Danke. Okay. Sobietesleit. Tschüss.